Der erste Abschnitt führt uns über die N197 nach Calvi. Blick über den Golf della Revelata, im Hintergrund die Festung von Calvi. Wir folgen der D81 in südliche Richtung. Sie zeichnet sich durch flüssig zu fahrende Kurven und fantastische Aussichten aus und der Straßenbelag ist passabel. Untertitelung des ZDF, 2020 Ein Blick über den Golf der Geroulata. Der Golf von Porto kommt in Sicht. Die Straße schmiegt sich förmlich an den Fels und folgt den fantastischen Felsformationen. Der Golf von Porto kommt in Sicht. 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 Südlich von Porto genießt man den Blick auf den Golf, den Strand und den Ort. Der Golf von Porto kommt in Sicht. Ein besonderer Streckenabschnitt, die Kalange. Orange-rote Felsen ragen in bizarren Formen in die Höhe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017